Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Workout und zwar geht es um Stretching und Mobilisation und das ganz entspannt, ganz ruhig und versucht mal es wirklich zu genießen. Ich freue mich auf euch und jetzt beginn wir. So, wir fangen an, setzen uns auf die Matte, Fußsohlen aneinander und jetzt setzen wir uns erstmal schön gerade hin, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Schulterblätter tief, den Nacken lang machen. Denkt daran, den Scheitel immer zur Decke zu schieben, dass das schöne lange Wirbelsäule macht. Und jetzt erstmal schön die Knie nach außen und erstmal halten. Und mit der linken Hand im großen Bogen über die Decke nach rechts runter und versucht mit beiden Sitzbeinhöckern auch auf dem Boden zu bleiben und ziehen und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen mehr in die Richtung nach rechts, machen hier ganz lang und ziehen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Lösen mit der linken Hand zum rechten Fuß und jetzt mit der rechten Hand im großen Bogen über die Decke nach links runter und versucht wirklich euch hier ganz lang zu machen und trotzdem mit beiden Sitzbeinhöckern auf der Matte zu liegen, also Matte zu bleiben, ja? Nicht, dass ihr den Po anhebt rechts und halten. Acht, sieben, macht den Nacken lang, Abstand zwischen Schulter und Ohren groß halten. Acht, sieben, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Noch mal zurück und wir machen uns mal ganz rund nach vorne. Und wir gehen jetzt in den Vierfüßlerstand. So, schön schauen, dass die Knie sich genau unter dem Becken befinden und die Hände sich unter der Schulter, ja? Schön in den Bauch reinziehen, ganz lang machen, langen Nacken, also das heißt richtig lange gerade Linie, Kinn Richtung Brustbein und jetzt gehen wir mal schön in den, wie nennt man das, in die Katze. Richtig hoch. Ach nee, das war nicht die Katze, das war, das war, ja, also die Hängebrücke, ja? Und wir gehen hoch in den Katzenpuckel. Oh, hoch. Und richtig hoch drücken, sodass die Schulterblätter Richtung Decke gehen. Und noch mal in die andere Richtung, Kopf nach oben und richtig hoch. Noch mal halten. Und noch mal schön in den Katzenpuckel richtig hoch. Und wir bleiben im Vierfüßlerstand. Gehen jetzt mit dem rechten Bein nach außen, so weit es geht. Und jetzt gehen wir mit der rechten Hand schön weit nach rechts durch und legen die rechte Schulter auf und halten. Wir versuchen mal Richtung Decke zu schauen und halten. Acht, sieben, sechs. Versucht immer mehr, die rechte Hand hier nach links zu schieben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Langsam nach oben. Wenn wir doch einen Zupf machen sollen. So, und mal schön hier rauszugehen. So weit wie möglich. Das Bein zur linken Seite strecken und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Hier habe ich ein Buch Haargummi. Also ich kann immer wieder meinen Zopf machen. Vier, drei, zwei, eins. Und noch ein. Sehr schön. So, jetzt genau zur anderen Seite wieder in den Vierfüßlerstand. Ich gehe mal so, damit ihr das auch seht, Vierfüßlerstand. Und jetzt das rechte Bein. Und wir gehen hier runter, runter, runter. Bis die Schulter auf dem Boden ist und halten. Und langsam nach oben kommen. Hier ist auch da. So weit wie möglich. Aus. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wieder zusammen und ganz kleines Päckchen machen. Und wir kommen langsam wieder hoch. Jetzt mit dem rechten Bein nach vorne, so weit es geht. Und wir strecken uns hier. Strecken jetzt den linken Hüftbeuger und schön tief. Und halten. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Schulterblätter tief. Versucht, dass die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule geht und dann leicht nach unten in die Hosentaschen geschoben werden, damit wir schön gerade sind. Eine schöne Ausrichtung halten. Und wir gehen noch ein bisschen tiefer und halten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir gehen runter mit der linken Hand zum Boden. Mit der rechten Hand im großen Bogen Richtung Decke. Und jetzt rechts das Knie aufliegen haben und den Spann. Und Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und die Leiste zur Decke schieben. Ja, richtig schön zur Matte schieben. Nackenlang hin Richtung Brustbein. Bauch rein. Und halten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir schieben. Gehen wir ein bisschen nach da. Da und wieder nach vorne. Kleine Gehen. Acht. Und sieben. Und sechs. Und fünf. Und vier. Drei. Zwei. Und eins. Und wieder nach vorne. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen nach hinten. Und gehen mit den Unterarmen auf die Matte. Also hier nur mit den Ellbogen. Und drücken uns nach hinten. Und drücken uns nach hinten. Und wieder nach vorne. Und wieder nach vorne. Und wieder so weit nach hinten. Und halten. Und halten. Mal noch ein bisschen mehr nach vorne krabbeln, mit den Ellenbogen und schön nach hinten und ziehen. Und halten acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lösen, sehr schön. Und gehen jetzt mit der rechten Hand hier zwischen die Schulterblätter und ziehen mit der linken Hand die rechte Hand an der Hirbelsäule entlang machen und halten. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lockern. Und jetzt mit der linken Hand nach hinten zwischen die Schulterblätter. Rechte Hand zieht tief. Und wir gehen mit der linken Hand an der Libelsäule entlang nach unten. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lockern. Lockern. Mal die Hand nehmen. Mal die vorne zeigen. und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Lockern. Und mit der linken die Schulterblätter. Und jetzt schön die Schultern kreisen. Nach hinten, nach unten, nach vorne. Und schön runde Kreisen machen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Lockern. Schieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir gehen mal nach hinten und ziehen mal. Dann schieben mal das Becken nach oben. Also die Leiste zur Decke. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lockern. Und jetzt Kopf nach rechts. Und die linke Schulter geht auf den Boden. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Lockern. Wir schauen jetzt nach links, bis es nicht mehr geht. Dann schauen wir nach unten. Und gehen mit der rechten Hand so weit wie es geht. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Lockern. Wir schauen jetzt nach links, bis es nicht mehr geht. Dann schauen wir nach unten. Dann schauen wir nach unten. Und gehen mit der rechten Hand so weit wie möglich nach unten hinten. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Schulter tief. Drei, zwei, eins. Langsam lösen. Und jetzt schauen wir so weit wie es möglich ist. Und jetzt schauen wir so weit wie es möglich ist nach rechts. Gucken dann nach unten. Und mit der linken Hand gehen wir so weit wie möglich zum Boden und nach hinten. Und halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und lockern. Schön die Arme entspannt. Nach rechts und links. Und mal nach oben. Und nach oben. Mal ausschlagen. Mal ausschlagen. Die Hände. Nach vorne, nach hinten. Und mal kreisen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ihr könnt euch schön hinsetzen. Das war jetzt unsere Stretching Mobility Einheit. Ich hoffe, die hat euch Spaß gemacht. Und wünsche euch noch ein schönes Nachtringen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.